Warum muss man unbedingt mal zu einem Spiel von der MT Melsung in die Halle kommen, in die Rotenbach-Halle nach Kassel? Es macht einfach Spaß jetzt aktuell. Die Ergebnisse sind gut, Punkt 1. Die Jungs präsentieren sich sehr gut. Es macht Spaß, den Jungs zuzugucken, wie sie füreinander kämpfen, Punkt 2. Und das sind alles Profis zum Anfassen. Es ist ja für dich auch ein neuer Job. Du bist jetzt Sportvorstand, also wirklich an vorderster Front in der Verantwortung. Was persönlich wünschst du dir denn auch für deine Mannschaft, für dein Team, für den Rest der Saison? Die Jungs kämpfen füreinander. Die haben echt eine tolle Einstellung. Und ich wünsche mir natürlich, dass das genauso weitergeht, dass die Jungs füreinander kämpfen. Ganz unabhängig von den Resultaten, von den Ergebnissen. Wenn das passiert, dann können wir alle sehr zufrieden sein und dann wird es auch eine richtig gute Saison.